Auspacken und Einrichten von Druckern der Serie HP Envy 6000, 6000e, 6400e, HP Envy Pro 6400 und HP Deskjet Plus 6000, 6400 für Android-Geräte. Bevor Sie beginnen, benötigen Sie folgendes, ein Wireless-Netzwerk mit Internetzugang, ein Android-Gerät, das mit dem Netzwerk verbunden ist, in dem Sie den Drucker installieren möchten, und Bluetooth in Android aktiviert. Öffnen Sie die Box und entnehmen Sie die Dokumente, das Netzkabel und die Druckerpatronen. Legen Sie die Box auf die Seite und ziehen Sie den Drucker mithilfe der Griffe heraus. Entfernen Sie die Schaumstoff-Endkappen und nehmen Sie den Drucker aus der Tasche. Entfernen Sie das gesamte blaue Klebeband um den Drucker herum, einschließlich der Teile, die in den Drucker führen. Entfernen Sie das Schaumstoff-Blatt von der Scanner-Abdeckung. Schließen Sie den Drucker mit dem mitgelieferten Netzkabel an. Der Drucker schaltet sich automatisch ein. Ein Glockenspiel ertönt und die Beleuchtung wechselt zu lila. Scannen Sie mit Ihrem Android-Gerät den QR-Code auf der erste Schritte-Karte oder navigieren Sie zu 123.hp.com, um HP Smart herunterzuladen. Wählen Sie HP Smart installieren aus. Wählen Sie in Google Play Store installieren. Nachdem die App installiert wurde, wählen Sie Öffnen. Wählen Sie im Begrüßungsbildschirm weiter, um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Sie können HP Smart verbessern, indem Sie Nutzungsdaten freigeben. Dies ist jedoch nicht erforderlich. Wählen Sie Ja oder Nein, um fortzufahren. HP Smart erkennt nur Drucker, die mit dem gleichen Netzwerk wie Ihr Android-Gerät verbunden sind oder sich im Setup-Modus befinden. Der Setup-Modus aktiviert sich beim ersten Einschalten Ihres Druckers und bleibt für zwei Stunden aktiv. Wenn seit dem ersten Einschalten des Druckers mehr als zwei Stunden vergangen sind, setzen Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers zurück. Halten Sie dazu die Wi-Fi-Taste auf der Rückseite des Druckers fünf Sekunden lang gedrückt. Wenn die Netzwerkeinstellungen des Druckers zurückgesetzt werden, pulsiert die Vorderkantenbeleuchtung und ändert sich in die Farbe lila. Sobald sich Ihr Drucker im Setup-Modus befindet, kehren Sie zu Ihrem Android-Tablet oder Smartphone zurück. HP Smart zeigt drei Optionen. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie einen neuen Drucker einrichten. Wählen Sie Neuen Drucker einrichten. HP Smart sucht nach Ihrem Drucker. Wenn der Drucker gefunden wird, wird er auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den Drucker aus. HP Smart fragt Sie nach dem Wi-Fi-Passwort, um auf das drahtlose Netzwerk zuzugreifen, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie weiter. HP Smart beginnt mit dem Verbinden Ihres Druckers mit dem drahtlosen Netzwerk. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie Ihre Nähe zum Drucker bestätigen. Berühren Sie bei Aufforderung die blinkende Informationstaste auf dem Bedienfeld des Druckers. HP Smart bestätigt, wenn die Verbindung des Druckers mit dem drahtlosen Netzwerk abgeschlossen ist. Wählen Sie Weiter. Um Druck- und Cloud-Dienste bereitzustellen, werden Daten von Ihrem Drucker gesammelt, um Ihre HP Smart App und Ihr HP-Konto zu synchronisieren. Wählen Sie Weiter. Ihr HP-Plus-Drucker wird mit einer optionalen Instant Ink Testversion geliefert. Wählen Sie Weiter. Damit Sie Ihren Drucker nach der Aktivierung von HP-Plus verwenden können, müssen Sie bei Ihrem HP-Konto angemeldet und mit dem Internet verbunden sein und können nur HP-Tinte verwenden. Wählen Sie HP-Plus aktivieren. Eine HP-Konto-Anmeldeseite wird angezeigt. Füllen Sie die Informationen aus und wählen Sie Konto erstellen, um ein neues HP-Konto zu erstellen. Wenn Sie bereits ein HP-Konto haben, wählen Sie Anmelden. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und wählen Sie Anmelden. HP Smart registriert Ihren HP-Plus-Drucker in Ihrem HP-Konto. Wählen Sie Weiter. Sie können das Angebot von HP-Plus annehmen oder überspringen. In diesem Video wird das Angebot jedoch angenommen. Wählen Sie Weiter aus, um sich für einen Instant Ink-Plan anzumelden. Wählen Sie Ihren bevorzugten Tarif und geben Sie dann eine Lieferadresse und Rechnungsdetails an. Ihr HP-Plus-Abonnement ist jetzt abgeschlossen. Wählen Sie Weiter. Wenn Sie zum Einlegen von Papier aufgefordert werden, erscheint am Papierfach eine blinkende Anzeige, die angibt, wo es herausgezogen werden muss. Ziehen Sie das Fach nach Möglichkeit mit beiden Händen heraus und schieben Sie dann die Papierführungen in Ihre äußerste Position. Legen Sie Papier in das Fach ein, passen Sie die Führungen an und schließen Sie dann das Fach. Kehren Sie zur App zurück und tippen Sie auf Weiter. Wenn Sie zur Installation der Tinte aufgefordert werden, erscheint an der Ecke des Druckers ein blinkendes Licht, das angibt, wo die Zugangsklappe zur Druckpatrone angehoben werden muss. Heben Sie die Zugangsklappe an. Entnehmen Sie die Druckpatronen aus den Verpackungen und ziehen Sie an jeder Druckpatrone eine orangefarbenen Lasche, um das Schutzband zu entfernen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Kontakte und Tintendüsen nicht berühren. Heben Sie die schwarze Abdeckung an, setzen Sie die schwarze Druckpatrone ein und schließen Sie die Abdeckung. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die dreifarbige Druckpatrone und schließen Sie dann die Zugangsklappe. Kehren Sie zur App zurück und tippen Sie auf Weiter. Um eine optimale Druckqualität zu erhalten, tippen Sie auf Weiter, um eine Ausrichtungsseite zu drucken. Heben Sie die Scannerabdeckung an und legen Sie dann die Ausrichtungsseite mit der bedruckten Seite nach unten, wie angegeben auf das Scannerglas. Tippen Sie auf die blinkende Kopieren-Schaltfläche auf dem Drucker, um den Ausrichtungsvorgang abzuschließen. Nach Abschluss der Ausrichtung tippen Sie in der App auf Weiter. Um von anderen Geräten auszudrucken, besuchen Sie 123.hp.com von Ihrem Mobilgerät oder anderen Computern. Wählen Sie Diesen Schritt überspringen. Die Einrichtung Ihres HP Druckers ist nun vollständig. Sie können nun damit beginnen, Seiten zu drucken. Wenn Sie Seite Drucken überspringen. HP Smart kehrt zum Startbildschirm zurück und zeigt Ihren Druckern einen Bereitschaftsstatus an. Sie können nun mit dem Drucken beginnen. Sie können nun mit dem Drucken überspringen. Sie können nur mit dem Drucken überspringen. Und dann wird das вот Bild, die der Serien durchführen. Sie können nun von Drucken überspringen. Sie können jetzt das Ding nach Pult. Los, das heißt nur mit dem Drucken bliehen. Die Drucken überspringen.